So, willkommen bei uns im Zimmer wieder, wir sind jetzt noch an Regenerierung, wir haben die Eishosen von Aquilo, die sollen bei der Erholung helfen, 10 bis 12 Minuten, natürlich mit Krombacker, Alkoholbein und mein Carbvorrat, mein Hochspeis für morgen, der Gregor ist schon sozial und telefoniert mit seiner Frau, we sind jetzt gerade beim Doc im Zimmer, wo ich nehme es jetzt als Eye-Trace Gerät auf, das ist ein VR-Brill, mit der kann man messen, Concussion oder Erschöpfung, das ist ziemlich cool eigentlich. Der Kitchen Truck Meister Guido, der Richter über die Kaffeemaschine und unser Koch Silvio, der immer die besten Sachen zubereitet. Servus. Wie viele Stunden kochst du am Tag Silvio? Am Anfang ein bisschen ruhig jetzt, wie viele Stunden, keine Ahnung, 3, 4, 5, so richtig. Und das kriegen wir dann immer Gutes zum Essen, abends, mittags und in der Früh. Danke dir. Danke Guido. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.